Hallo! Herzlich willkommen mit dem schönen Preisverleih. Ich bin euer Berge. Und ich möchte euch heute Abend unser Chauffeur präsentieren. Hallo! Eine von den Negarichten, der Herr Daimon. Das bin ich. Und darf nicht fehlen, unser liebe Peggy Perfekt. Ja! Wunderbar, sieht sie aus. Guck das, Mann. Unglaublich, unglaublich. Und da ist wieder der Jan im Korb. Alles wirklich wunderbar. Jetzt in der Kamera. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke, meine Zuschauer. Alle, die für mich gefehlt haben. Danke, danke, danke. Und auch Herr Vorwahl. Danke, meine Zuschauer. Danke, meine Zuschauer.